Heike Brauer ist seit 17 Jahren Oberschenkel amputiert. Sie versteckt ihre Behinderung nicht mehr, sondern hat sich für ihr Mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk ein poppiges Design ausgesucht. Warum? Einfach als Signal, ihr dürft gucken, es ist gar nicht schlimm. Guckt hin, man ist zwar, auch wenn man amputiert ist, wenn einem Gliedmaß fehlt, nicht unbedingt so die arme Pfanne, wie es dann... Das sieht jetzt nicht erschreckend. Ich kann dann Knopf drücken, dann kann ich das Ganze rumdrehen und kann mich auch mal eine Hose anprobieren.